1, 2, 3, geh nach Hause. Also besser lasst euch impfen und holt uns das normale Leben zurück. Guckt mich an. Ich bin auch geimpft und mir hat es auch nicht geschadet. Ich war schon immer so. Versprochen. Also. Nun. Guckt bei, die Kälte. Guckt. Und an anderen Begegnern. Ach. Denk doch mal nach. Guckt bei.